Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Format auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht seht, spielen wir hier jetzt Flattenkommando. Das wird ein neues Let's Play auf dem Kanal. Ich habe das schon mal gespielt und wollte jetzt von euch wissen, wollt ihr mehr davon sehen? Also wenn ja, schreibt es gerne in die Kommentare, weil von eurer Meinung hängt ab, ob ich das weiterspielen werde. Wie eben gesagt, ich habe das Showmark-Spiel, ist dann deinstalliert, weil ich zu innerkrieg war. Ich werde dieses Format hier, wenn es weiterkommt, also wenn ihr entschieden habt, dass ihr mehr davon sehen wollt, werde ich das immer montags eine Folge hochladen. Muss mal gucken, wie lange ich die Folgen mache. Schreibt es gerne auch mal in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir locken uns ein ins Spiel. Äh, das ist ein Locker. So. Ja. Mhm, 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 mhm. Okay. Das ist schon eine Sache, dieses kleine Intro. Das läuft einfach viel zu schnell ab. Äh, blablabla, die Produktion von Kriegsschöfen braucht Eisen und andere Ressourcen braucht er seine Eisenmine. Okay, äh, abbrechen. So, dann. Wow. Und wenn wir ihn auf deiner Basis zu entsperren, musst du das Level des Command-Zentrums erhöhen, dann machen wir das auch mal. Verbetern. Tritt aus dem Kanal ins Zentrum und produziere deinen eigenen Kriegsschöfe. Äh, okay. Werft. So, dann. Produktion. Nein, das werden wir nicht tun. Wir werden jetzt 5 Minuten warten. Nein, wir werden vielleicht nicht nur das kostenlos. Und, äh, Kriegsschöfe werden. Sand. So. Und jetzt gibt's das erste Gefecht. Lass diese Schlappsack unsere Stärke erfahren. Gut Deutsch. So, dann. Boom. Yay. Gewonnen. Das war so schwer. Ja, die Stärke von den Feinden ist so schwach. Wacht, gehen auf Rechte zu treiben. Wer sonst? Tolles Deutsch. Okay, für uns ist ein Blablabla. 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 Das ist ziemlich... Wie soll man sagen? Ich kenn das ja schon, dass es... ...maximale Stärke. Und Angriff. Das ist jetzt für mich... ...einfach. Wirklich. Also... ...die Flugzeugträger hier machen... ...als eben... ...ersten, äh... ...die ersten Gefechte werden nur durch die entschieden. Die sind einfach... ...zimmel stark. ...für jetzt. Also später sind die ganz okay. Okay. Guck mal an. Glückwunsch, da hast du ein Neulingsgeschenk-Bakete enthalten. Das ist sehr schön. So, Level Up. Yay. So. So. Hier unten krieg ich jetzt die ganzen... ...Erfolge und... ...Aufgaben, die ich gemacht hab, während ich hier... ...und Level Up. So, gucken wir mal auf die Aufgaben. Check die Aufgaben. Mhm. Naja, das ist jetzt, ähm... ...kommt alles. Hier ist noch alles sehr einfach hier. Und Level Up. Das ist vielleicht jetzt noch... ...recht unübersichtlich, was hier alles, äh... ...ist. Ähm... ...ich hab früher auch Zeit gebraucht, um mich zurechtzufinden. Ist das mit der Musik eigentlich in Ordnung? Ich mach die mal ein bisschen leiser. So. Ähm... Ja, sondern hier ist erstmal ein so toll. Yay. Ähm... Ähm... Das, ähm... ...ist jetzt alles... ...recht viel hier. Äh... Ich erklär jetzt kurz mal, was hier alles abgeht. Das hier ist unsere Base. Hier sieht man. Kommandozentrum, Führungs... Kriegsführungszentrum, Marine Akademie. Überseezentrum, Heerlager. Das, äh... Und hier noch ein paar Gebäude, die... ...später noch kommen. Was ist hier? Ah, das ist neu. Flugzeugbasis. Und das Ding in hier sieht einfach... ...fast so aus wie der... ...das ist eigentlich das Stark Tower von, äh... ...Avengers und Marvel und Iron Man und alles. Hier drüben haben wir die ganzen Slots für unsere Minen. Äh, ja... ...und das hier sind einfach mal ein unnötiges Ding. Hier unten ist der Hafen und die Werften... ...und Umrüstungsfabrik, die ist... ...ähm... ...jetzt noch recht, ähm... ...nutzt das. Ähm, und wie vielleicht seht ihr hier oben... ...kreisend schon... ...einige... ...funken um Teile und das sagen wir dann immer. Jo, da gibt's was Nices zum Holen. Und, wie man seht, hier gibt's was Meistes zum Holen. Das ist die, äh, tägliche Belohnung. Ähm, und hier nach sieben Tagen... ...gibt's diese Yorktown-Flugzeugträger. Und ich muss euch sagen, die Dinger sind krass. Also, die sind wirklich sehr stark. Man muss mal wirklich... Ich... Wir waren... Ich war früher immer drauf und dran, äh... ...die so möglichst wenig einzusetzen, ähm... ...damit die nicht zerstört werden, weil die sind... ...zinnstark. So, ähm... ...ja, ich weiß, ich labere jetzt viel. Aber es ist auch gerade richtig. Ja, gratis-Ratterie. Hey, wir haben 300.000... ...ä, Aluminium. Hier unten hätten wir so eine nice Frickharte kriegen können. Aber, ey. Batterie. Eine Glücksmüsse, die machen wir jetzt nicht. Was haben wir hier? Belohnung. Drei mittlere Kampfschiffe und 10.000... ...eisenärz. Toll. Und hier oben, sieht man, sind die... ...sind recht voll, die Lager. Ne, Titanen jetzt gerade nicht, also... Äh... ...wir gucken mal, was das wird, so... ...morgen Stärkeboost... ...was wollen, bla bla bla, aha... ...oh, nett. Das ist schön. Das hier ist gerade echt schön. Dieses Paket hier. Mission. Letztes Gefecht. Ich hoffe, ihr versteht jetzt alles, was es wird, ähm... ...für mich ist das jetzt hier alles nicht neu, aber für euch vielleicht schon. Deswegen. Äh... ...das ist jetzt alles recht unübersichtlich, wie schon gesagt. Also, Angriff. Und da erhöht sich unsere Stärke. Wow. Und... ...die Gegner sind nicht alle tot. Und sie schießen. Und jetzt sind sie alle tot. Yay. Schließen. So, toll. Die erste Mission könnte ich so durchwaschen. Aber, Aufgabe, was haben wir hier? Und Belohnung. Gleich das U-Bot 1. Wow, toll. So, ähm... Ich würde sagen, wir bauen erstmal hier ein paar Minen noch. So, jetzt erstmal Aluminium. Und hier mal Titan bauen. Dann haben wir schon mal ein paar Minen gewerben. Jetzt haben wir hier wieder haufenweise... ...denn, äh... ...belohnungen bekommen, weil wir hier ein paar Sachen gebaut haben. Ich würde mal sagen, dass man Kommandozentrum hoch... ...aber das wird noch echt wichtig. Ja, okay, dann. Yay. Wir haben... ...fünf schwere Kommschiffe. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Event. Das Ding ist hier ziemlich... ...tägisches Event. Sammeln. Energie. Das ist alles hier noch recht... ...auch recht viel. Da habe ich auch nicht alles durchgeblickt. Und das hier ist... ...drei schwere Fre... Oh, das ist nett. Zehnten Erdenfabrik. ...ah... ...ah... ...so... ...ah... ...ah... ...toll... ...was ist hier... ...blablabla... ich weiß gar selbst nicht was das hier alles ist aber es ist eigentlich es gibt schön viele sachen zum sammeln also toll so da haben wir hier ein paar so schöne sachen eingesammelt gibt es aber jetzt weiter nicht das kann ich später noch alles sein soll so äh der wird 3,0 zentrum jay abgehakt findest du nicht das bla 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 das war schön so was sollen wir jetzt noch mal an komm greifen wir noch mal an äh das ist ähm auch jetzt alles ähm eigentlich noch recht na ok bamm 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 also tot jay und tschüss ähm also nur zu infof man kann hier glaube ich unendlich äh von den einzelnen Schiffen haben nur eben es gibt halt Leichte Schiffe, also es gibt Kampfschiffe, U-Boote, Fregatten und Flugzeugträger und dann noch hier haufenweise geile andere, richtig starke Schiffe, die aber, was ist das hier, was ist das hier, aber das kommt später aus, ne. Keine Ahnung, was das ist, nein, Junge, deck mich, schoben aber, ja, toll, Moment, wir hätten eine Erdenverbrecher hier oben, das ist auch so, irgendein Rohstoff, hier, haben wir gerade, oh, 5,9, das ist jetzt alles, ähm, recht viel, was man bekommt, ähm, wie gesagt, ja, ich würde sagen, wir machen, das haben wir hier, ich habe keine Wertvolldingung, ähm, ich hoffe, man kann sich hier alles geben, weil, dass sich, äh, so wenig über die einzelnen Sache labern, aber es, er bekehrt sich eigentlich alles von selber, ähm, wenn man ein bisschen, ja, dieser Heli fliegt hier die ganze Zeit vorbei, so, und noch mal Titan, das, schön viel Minen, das wir auch, ja, nie aus, keine Ressourcen mehr haben, ähm, nein, da wollen wir nicht hin, ja, ich würde sagen, wir machen die Folge 15 Minuten lang, ähm, greifen noch mal ein bisschen zum Ende der Folge an, maximale Stärke und Angriff, das, wird hier jetzt eigentlich alles recht, noch recht einfach, weil, die paar kleine Schiffchen können meine Schiffchen, die einfach zu stark sind, nicht, äh, zerstören, deswegen sind wir noch recht stark, bumm, 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 zack, bumm, spätere Fregatten sind so, teilweise so stark, dass sie mehrere Ziele, glaube ich, angreifen können, glaube ich, so, da sieht man noch mal das U-Boot, also die U-Boot zu schießen, Torpedos, die Fregatten, äh, so Raketen, und, äh, Flugzeugträger, äh, fliegen, lassen halt ein paar Flugzeuge rumfliegen, ähm, und eben, Kampfschnecke schießen, so eine Dreiersalbung, und, so, erstelle ein Charakter, ja, das machen wir gerade noch zum Ende der Folge, große Auswahl, wow, so, so, ach, dann, der Charakter, erfolgreich geändert, schön, ähm, ich trockne jetzt noch was weiter, die Folge ist hier jetzt zu Ende, wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare, wenn ihr mehr davon, hier vom Spiel sehen wollt, war jetzt noch recht viel, ne, Sachen, von denen hier wieder kommen, ähm, äh, das ist noch, wie gesagt, gleich nochmal von rechtskonten, publiziert, ich bin noch was weiter, habt noch einen schönen Tag, bewertet gerne das Video, und man sieht sich, nee, egal, tschüss.